Ab nach Blightown. Hey. Wo es so unauffällig grün wird. Oh ne! Nein! Au! Oh, scheiße. Ich mach jetzt noch ein bisschen Scheißkipp. Also ich find's ja super, dass man hier so viel Platz zum Ausweichen hat. Oh! Oh! I! Die Schütte will. Danke, Zelda, für das Spiel. Warte mal, jetzt zieht ihr mich auf Stamina? Oh Leute, wie schnell es mir zieht. Jesus Christ. Warte, wo ist das? Ich hab's. Warte mal. Ich wollte überhaupt nichts. Are you shitting me? Okay. Ähm. Du hast noch was anderes. Warte mal, da muss ich mich halt noch mehr heilen. Okay. Okay. Oh mein Gott. Kann ich schon mal erwähnen, dass so ne Sache richtig geil ist? So cool. Du hast uns ja selbst umgebracht. Du hast uns ja selbst umgebracht. Du bleibst! Fuck you. Oh, ja, bitte. Oh Jesus. Was ist das? Bitte mach die Wege noch knapper. Oh Leute, das bist du da vielleicht. You're killing me! Get the fuck out of my room and play Minecraft! Fuck! Du hast einmal gewartet. 10.000 Seelen? Ah, komm mal. Warte mal. Kann ich eigentlich auch nen Leichensack überhaupt kopfziehen? Nen Leichensack? Das wär... Witz! Und, kannst du dich noch orientieren? Hm, nicht wirklich. Ich weiß noch wie weit das hier in die Mitte muss, aber ich weiß... Ja, das ist ein schönes Gebiet, oder? Nee, du Trüger. Das ist ein schönes Gebiet, ja. Das ist ein echt schönes Gebiet, muss ich sagen. Da muss ich echt für den Sinn gehen. Da merkt man die Kreativität, da wir ein richtiges Team. Ah, hier ist ein Leiter. Ich glaub, das ist ein Wunderweg. Esel. Äh, chillt er mit seiner Basen? Der bringt ihn einfach um. Ah. Endlich. Ha, Endlos. Oh Leute, sorry. Du brauchst mal nicht. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hm. Yes, the wall here is wall. Jetzt schlag die einfach während die hochklettern, dann kannst du sie runterkicken. Oder vielleicht einfach wenn du... Oh! Ha, 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 ha. Gelobt sei die Sonne! Wenn du da runter spielst, ist das nicht gut. Nee. Ich kann verstehen, warum die ganzen Blutflecken hier überall bei jeder Ruhe... Ja, oder? Langsam verstehe ich das. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Nein. Alter. Ich will da nie wieder zurück. Oh, mein Gott. Wieso hält dieser Hund so viel auf? Einfach mit so einer dummen Waffe. Oh! Oh, nein. Nein, nein, nein! Oh! Versuch's mit springen. Die Bewertung ist actually voll gut, aber... Ja, mach einfach. Wenn du Eier hast, mach einfach. Mach einfach, wenn du Eier hast. Ich hasse dieses Spiel! Nein, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Er hat richtig Angst. Vielleicht muss man doch da runter springen, Anton. Extra. Würde schon so wirken, als wäre es richtig, aber ich sehe halt nichts dauernd nicht so krass. Nee, ich will nicht zurück. Okay, ich kann sicher nicht zurück. Nee, nein. Wie viel. Nein, nein, nein. Es muss noch einen Weg geben. Sowas habe ich übersehen. Tja, der einzige Weg führt über den Leap of Faith. Ja, Anton. Wehe. Es ist nicht direkt. Es sieht wirklich so aus wie jetzt, ob es keinen anderen Weg gibt. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich wusste ja, es gibt ja keinen... Der einzige Weg zurück ist in den sicheren Sam-Sport. Ich werde es auslüffeln. Ich werde es auslüffeln. Oh! What? Das ist ein hellerliches Zeichen. Das ist nicht. Das ist der größte Troll allerzeit. Ich will nicht zurück. Das ist die schrecklichste Sache. Bei dem einen sterbe ich zu 80%. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es umsonst ist. Und hier ist es zwar sehr wahrscheinlich, dass es richtig ist. Aber wenn es trotzdem nicht richtig ist, dann bin ich trotzdem tot. Ich habe hier nicht viele Seelen. Okay. Jetzt wissen wir es. So gut. Das letzte Mal Prismasstein gehabt. Vielleicht jetzt, wenn du... Noch, wenn du gerade eben einmal gering gestorben bist. Und jetzt noch mal unterspringst. Ich weiß nicht mehr was anderes. Ähm... Es wird auch nicht so lange gehen, wie ich mir sage. Ja. Ruf. Ruf. Ah. 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 Ah, da haben wir so lange. Richtig. Ach so. Ich erinnere mich wieder. Wenn ich schon beschossen werde. Und wenn hinten auch noch einer kommt. Bitte. Oh mein Gott. Ja. Schönes Gewinn. Ach so. Gibt's? Aber sea-ig. Star City. Gibt's v ADK. Noche mal am. F. Juck, die gibt's die richtige Mühe. Kletterst du wieder durch. Du G singersst du da wieder durch. Ohle. Das hilft überhaupt nicht. Hör auf den zu mocken! Ruf. Es macht auch Spaß. Oh mein shadows. Ach der�. Er ist runtergefallen. Oh mein Gott, das ist ja ... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist ja ... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh ... You fucking idiot! Das war mir nicht so eine Verlust. Haha. Nein, ich würde nicht kicken Ja, das wusstest du Guck mal, ich hab ihm Gnade an So, komm ich jetzt hin Da rüber springen kann ich Aber doch, da ist was Oder auch nicht Das war schräg Ich hab's nicht gesehen Okay, I see Na, da haben sie gesprochen Nice Das geht schwierig Der Kill-Counter geht hoch Sie können sich nicht Nee, Police Aua Nein Hast du diese Brücke, Alter Du bist so Ich hab's geschafft Oh Oh Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo du bist Aha Ja Oh my god Ich hab heute erst gesehen Das Football Manager und Shit Na Und nochmal Danke schön, na Nein 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 Ich seh nichts Oh my god Haha, das ist so ein Problem Ja Danke Oh my god Oh Oh Ja, okay Normalerweise sollte man sich wahrscheinlich über so einen Nebel freuen Aber ich habe nichts mehr verachtet Oh Ich will hier nicht sterben Ich will hier nicht sterben, aber ich weiß, dass es werde Oh my god Ach so, Feuer Alter Alter Junge Alter Alter Oh Oh Okay, ist nur ein Item Plankenschild Aua Oh, Jesus Ich wäre froh, wenn hier irgendwie Bonfire wäre Hier ist jemand gestorben Hier ist jemand gestorben Oh my god, ich sehe jemand rum Oh 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 mein Gott Unser Geil ist immer noch kein Bonfire, ne Fuckin Wenn ich jetzt sterbe, dann müssen wir ganzen Faschisten in den Augen machen Nein Oh mein Gott Von 1 bis 10, wie gefällt dir das Gesicht Das ist schrecklich Das ist das unterste Kanal Was soll ich den ganzen Scheiß nochmal machen, Alter Ich liebe das auch, dass man da komplett durchgeschickt wird Irgendein Bonfire Einfach so sich denkt Jo, lass mal einfach So viele Gelegenheiten einbauen, wo man Sterben könnte Save Points Ne, das gibt's für uns Warum auch Oh my god Nein Egal Ich lebe noch Das ist das Wichtigste Dieses Scheißgebiet Weil ich immer nicht weiß, wo das Bonfire ist Das ist das Wichtigste Das ist das Wichtigste Das ist das das ist das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020